Hey, ich bin der Benni und ich bin Ashley und wir sind heute bei, wisst ihr noch, und wir machen heute, weit oder schon. Wie alt warst du, als du das erste Mal geraucht bzw. getrunken hast? Getrunken? Ich glaube, wie alt war ich da? Ich glaube, ich war da zwölf. Schon sehr früh. Zwölf? Ja. Wen von meinen Freunden findest du am attraktivsten? Also, nee, also niemanden, eigentlich niemanden, eigentlich niemanden, aber den Rest würde ich trinken. Ich kann ja nicht sagen, welche über deine Freunden. Die sehen das bestimmt hier, das geht gar nicht. Darüber reden wir noch. Oh, oh. Oh nein. Wen aus meiner Familie findest du am nervigsten? Find ich überhaupt jemand nervig aus deiner Familie? Weiß ich ja nicht. Mach klar. Die sehen das. Alle beisammen sitzen sie dann da. Weihnachten wird der Horror, wenn ich das jetzt sagen würde. Merk ich. Welches Körperteil an mir würdest du ändern, wenn du müsstest? Sag nichts Falsches. Denk dran, ich habe deine Playstation zu Hause. Vielleicht deine Ohren? Die sind so groß. Hey, was hast du gegen meine Ohren? Die sind voll süß. Oha. Das ist so eine Elfenohre. Das ist Ohrenshaming. Ich habe noch nie mich mit meinen Ohren auseinandergesetzt. Ich hatte noch nie das Gefühl, dass die falsch wären. Huch. Bist du schon mal heimlich an mein Handy gegangen? Ich bin geschockt. Oh Gott. Uiuiui. So schlimm. Bist du schon mal jemanden fremdgegangen? Nein. Bin ich nicht. Sicher? Ja. Sicher. 100% sicher. Würdest du mal jemanden beginnen? Niemals. Weil? Ich finde, das geht nicht. Wenn man in einer Beziehung ist, macht man das nicht. Was denkst du, wie lange wird unsere Beziehung noch halten? Keine Ahnung. Ich hoffe für immer. Sag das richtig. Ich hoffe für immer. Ja, besser ist auch. Weil das wäre sehr unnötig jetzt hier gerade. Stell mal vor, ich würde sagen so, ja eigentlich habe ich bis nächsten Dienstag das eingeplant. Irgendwie geht mir das jetzt auch schon zu lange. Was ist eine Eigenschaft, die dich an mir am meisten stört? Boah. Wie er hier einfach alles beantwortet. Nee. Ich glaube, das kann ich nicht sagen. Und du willst noch nach Hause kommen? Uah. Lecker. Ja. Oh. Boah, das ist jetzt aber... Okay. Egal was es ist, ich muss es beantworten. War das jetzt ein Fehler? Ja. Oh. Was ist das schlechteste Geschenk, was ich dir je gemacht habe? Verdammt. Ich bin gespannt. Ich überlege gerade, was du mir alles schon geschenkt hast und muss es dann kurz differenzieren. Du wolltest mir so eine richtig schöne Muschel schenken. Oh. Okay. Okay. Und dann stehst du da vor mir. Ich so, wo ist meine Muschel? Du so, sorry. Ist kaputt gegangen. Hast sie einfach raufgesetzt. Nee, das war wirklich ein Drecksgeschenk. Ich hab keine Lust mehr auf dich jetzt hier gerade. Ich bin so, es steht mir bis hier. So ein schlechter Freund, der hat mich so in die Pfanne. Das ist Ohren-Shaming. Folgt mir auf allen Kanälen. Ich heiße Annix Ashley. Und ich heiße überall Benni.j. Ich geh beim nächsten Mal alleine zu Wisst ihr noch. Schade. Wenn ihr noch mehr von Wisst ihr noch sehen wollt, dann hier links rechts abonnieren. Glocke aktivieren. Ihr wisst wie der Hase hoppelt und das war es eigentlich schon. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.